Thuri 2 TV, Medien und Marken live. Hans-Dieter Hilmuth, Sie sind seit 1989, seit der Gründung von FFH an der Spitze dieses Senders. Was treibt Sie an? Ist es das ständige Gezank mit dem Hessischen Rundfunk oder was treibt Sie an? Das wäre ein bisschen langweilig. Wir sind der Marktführer und der Hessische Rundfunk ist die Nummer zwei. Nein, Radio ist ein tolles Medium. Ich habe schon in allen Medien gearbeitet, beim Fernsehen, bei der Tageszeitung und auch beim Radio. Und Radio ist einfach faszinierend. Man kann sehr schnell viel bewegen. Man weiß morgens noch nicht, was abends ist und das macht mir einfach Spaß und ich habe den Eindruck, auch den Kollegen. Ist Privatradio das bessere Radio? Nein, ich glaube, der Hörer unterscheidet nicht zwischen Privatradio und öffentlich-rechtlichem Radio, leider manchmal. Sondern ja, der Hörer muss das Gefühl haben, das ist mein Radio und das ist für ihn wichtig. Und da sind die Bedürfnisse sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt von Leuten angesprochen werden, Sie arbeiten beim Privatradio, da denkt man an Heititai, an Tralala, an Gewinnspiele. Nervt Sie so ein Eindruck, nervt Sie so ein Vorwurf oder geht das inzwischen links rein und rechts wieder raus? Wir haben gelernt, ein bisschen damit umzugehen. Aber natürlich, das private Radio ist, glaube ich, viel besser als das private Fernsehen. Und wir leiden noch immer ein bisschen unter diesem alten Image Tutti-Futti im Privatfernsehen. Und das wurde dann gleichgesetzt mit Privatradio. Ich glaube, auf der Landesebene haben Politiker, Medienpolitiker schon erkannt, dass gerade privates Radio eine wertvolle Bereicherung ist und eine Menge dafür tut, ein Land wie das Land Hessen, was ja neu zusammengesetzt wurde nach dem Krieg, das eine integrative Leistung hat, zu berichten aus dem ganzen Land, Interaktionen mit den Hörern zu fahren und das doch sehr seriös und nicht auf eine reißerische Art und Weise, wie es früher vielleicht im Privatfernsehen der Fall war. Aber in der Tat, Privatradio leidet immer noch ein bisschen unter den Anfängen des Privatfernsehens. Zeitungen, Zeitungsverlage sind Ihre Gesellschaft da. Hat die Zeitungskrise, die Printkrise Auswirkungen auf Ihr Geschäft? Nein, bisher nicht. Vielleicht ein bisschen, weil in diesem Jahr, gerade 2016, lauft die Umsätze sehr gut, national wie regional. Das gilt nicht nur für FFA, sondern auch für viele andere Radios in Deutschland. Und da ist schon unser Eindruck, dass die Kunden ein bisschen umschichten von der Tageszeitung, die ja schon seit Jahren mit einer schwindenden Auflage zu kämpfen haben, hin zum Radio. Dass das Radio also profitiert. Sie stehen ja auf der anderen Seite auch unter Druck. Streaming-Dienste, Online-Nutzung, DAB+. Wo geht da Ihrer Meinung nach die Reise hin? Wie wird man FFH vielleicht in fünf Jahren hören überwiegend? Oh, Sie stellen Fragen. Fünf Jahre, das ist ja endlos weit weg. Also der Hörer letztendlich wird entscheiden. Wir können das nicht beeinflussen. Wir können Angebote machen. Wir machen immer mehr Angebote. DAB Plus ist ein zusätzlicher Ausspielweg, den wir natürlich auch bezahlen müssen. Ich glaube, dass UKW uns noch lange Zeit begleiten wird. Kabel und Satellit weniger. Aber online, das ist ein wichtiger Ausspielweg. DAB Plus ist noch nicht ganz entschieden, ob das wirklich der Ausspielweg der Zukunft sein wird. Das hängt damit zusammen, dass die Privaten natürlich viel Geld aufwenden müssen, um diesen Weg zu installieren. Und da geht es um 300 bis 500 Millionen in zehn Jahren. Und da hat sich bisher keiner gefunden, der diesen Simulcast-Betrieb, wie das so schön heißt, finanziert. Nun liefert mir ein Dienst wie Spotify ja ein personalisiertes Angebot. Was kann FFH eigentlich noch besser als so ein Dienst, hinter dem zig Entwickler und ganz schlaue Algorithmen stehen? Spotify ist natürlich ein tolles Angebot. Wir, als ich klein war, haben immer mit dem Thomant-Gerät Radio Luxemburg aufgenommen. Das ist eben das moderne Thomant-Gerät von heute mit vielen Vorteilen. Aber es kommt nicht an Radio heran, weil Radio etwas bietet, nämlich die Nähe. Das kann Spotify nicht. Und ich glaube, das ist ein USP, ein Vorteil, den wir auf jeden Fall weiter nutzen müssen. Das hebt uns ab von allen weltweit zu empfangenen Webradios. Das hebt uns auch ab von Spotify. Und daran arbeiten wir mächtig.